Hallo, schön, dass du da bist. Ich möchte heute ganz kurz eine Frage beantworten, die mehrmals gestellt worden ist, nämlich wo findet man das dämonische Wildschwein? Und ich habe mich auf die Suche gemacht an den Positionen, wo ich weiß, dass es Wildschweine gibt und ich habe eins gefunden. So, allerdings auch wirklich, muss ich zugeben, das Einzige und ich habe auch früher im Spiel nicht wirklich darauf geachtet, ob jetzt irgendwo ein dämonisches Wildschwein in der Horde dabei gewesen wäre. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe das Wildschwein getötet und habe mich ausgeloggt und wieder eingeloggt, um zu gucken, ob das Wildschwein noch da ist. Das Ganze habe ich mehrmals wiederholt und wie ihr seht, ist das Wildschwein hier jedes Mal gespawnt. Und wo befinde ich mich, das zeige ich euch jetzt. Ich bin genau hier. Das sind die Ruinen von Alt-Neptu. Das ist Neu-Asgard. Sitz des Teufels haben wir hier. Hier das ganze Tal, hier überall sind Wildschweine. Hier überall und hier übrigens auch. Aber gefunden habe ich jetzt tatsächlich ihn hier und ich habe jetzt mehrmals mich ein- und ausgeloggt und er ist immer da. Ich hoffe, dieser kleine Guide hilft euch weiter und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao!